Okay, das war deutlich. Und wie finde ich ihn nun, mein Mr. Right? Als erstes versuche ich es auf die ganz normale Art. Ich gehe mit meiner Freundin aus. Heute nur ausnahmsweise mal mit versteckter Kamera. Und anders als sonst bin ich ab sofort richtig aktiv bei der Männersuche. Und wirklich, bei mir funktioniert der uralte Trick auch und ich komme ins Gespräch mit einem netten Mann. Und auch im nächsten Lagen, das mit dem Feuerzeug ist eine sichere Bank. Ich lerne jedenfalls noch einen freundlichen Single kennen, doch dann der erste Dämpfer. Der hätte damit getroffen. Also leider keine Zeit für mich. Das mit dem Ausgehen und dabei Männer kennenlernen war also nur so halbwegs erfolgreich.